Wargaming wird 20! Und das haben wir nur euch zu verdanken. Wir feiern unser 20. Jubiläum, weil ihr unsere Spiele jeden Tag spielt. Seht nur, wie wir angefangen haben. Von einer kleinen Wohnung sind wir zu einem großen Anwesen gewachsen. Und das Haus ist voll! Ritter, Orgs, Historiker, Sammler, Zerb! Videoprofis, Unikate, Kenner der Artillerie, Fans Deutscher Panzer, VR-Freunde, Trolle, Taktiker, Kommandanten, Piloten, Rennfahrer, Tomaten, Lemminge und der Hund. Freunde und Hater, Spiele aus der ganzen Welt. Es gibt so viele von euch. Mehr als 200 Millionen. Danke, dass ihr dabei seid. Alles Gute zum Geburtstag.